Hallo, ich bin Ian Melrose, für den Acoustic Player mache ich einen Gastworkshop und zwar mit dem Titel The Water is Wide in Instrumentalversion und in der Stimmung Dadgad. So in der Art. Und ich erkläre das ein bisschen, wie ich das arrangiere und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, da reinzuschauen.